Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute zeige ich dir Instagram-Fehler, die du unbedingt vermeiden musst, weil sie deine Reichweite killen und dein Wachstum in der App bremsen. Wie immer, einfach erklärt, das ist der Plan. Auf geht's! So, eine neue Runde. Es ist wieder Montag. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute geht es mal wieder um Instagram und um Fehler, die du vermeiden musst, weil du willst ja in der App wachsen, du willst mehr Reichweite und deswegen solltest du das unbedingt beachten. Und bevor wir loslegen, wenn dir das Video gefällt, freue ich mich natürlich wie immer über deinen Support mit einem Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst, nicht vergessen, auch die Glocke zu aktivieren, damit du montags kein Video mehr verpasst. Und weitere Tipps und Tricks findest du auch bei mir, bei Instagram und auch bei TikTok. Schau da gerne auch mal vorbei. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da auch wiedersehen. Und wir legen direkt los mit Fehler Nummer 1. Das ist super simpel und vielen wird es auch nicht gefallen, aber wenn du in Instagram wachsen möchtest, dann musst du in der App sichtbar werden. Und zwar auch bei denjenigen, die dich bislang noch nicht kennen. Und dazu musst du einfach Reels posten. Denn Reels sind einfach im Moment das Format in der App, was die größte Chance hat, an Menschen ausgespielt zu werden, die dich noch nicht kennen, die vorher noch mit keinem Content von dir interagiert haben. Und da haben jetzt auch besonders kleinere Accounts einfach die Chance, darüber ihre Reichweite zu steigern. Deswegen, selbst wenn du kein großer Fan von Reels bist oder bislang noch keine guten Erfahrungen mit Reels gemacht hast, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dich mit dem Format auseinanderzusetzen. Denn das ist derzeit einfach der größte Wachstumsmotor für Instagram-Accounts. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Fehler. Und auch das solltest du unbedingt vermeiden. Und dabei geht es um solche Like-for-Like- und Follow-for-Follow-Strategien. Das war vor vielen Jahren mal der große Trend, man ist anderen Profilen gefolgt, die sind einem zurückgefolgt, man hat anderen Content geliked, die haben zurückgeliked und man hatte so den Deal, dass man sich gegenseitig supportet. Und davon würde ich dir mittlerweile aber ganz, ganz stark abraten. Denn Social Media und ganz besonders auch Instagram hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark verändert. Früher hat man von dem sogenannten Social Graph gesprochen. Dabei wurde der Content innerhalb von deinem Netzwerk ausgespielt. Also der Instagram-Algorithmus hat sich angeschaut, wer dir folgt und darauf basierend wurde dein Content dann ausgespielt. Mittlerweile sprechen wir vom sogenannten Content Graph. Das heißt, der Instagram-Algorithmus spielt den Content jetzt nicht mehr in deiner Community aus, sondern fokussiert sich darauf, diejenigen zu finden, die an deinen Inhalten interessiert sein könnten. Also jetzt werden Inhalte interessenbasiert ausgespielt. Und genau so schaffen die Apps es auch, dass du eine größere Reichweite bekommen kannst. Denn es geht nicht mehr nur um deine Community, die du schon hast, sondern du hast jetzt die Möglichkeit, auch neue Personen in der App zu erreichen. Und wenn du jetzt so ein Like-for-Likes-Spiel machst, dann führt das dazu, dass du Content von anderen Likes und die liken deinen Content. Und im Ergebnis ist es aber dann oftmals so, dass diejenigen, die deine Reels liken, vielleicht gar nicht daran interessiert sind, beziehungsweise sich das Reel gar nicht anschauen, sondern du bekommst dort nur deinen Like zurück. Und das führt dann zu einer schlechteren Watch-Time und die Watch-Time ist ein sehr, sehr wichtiges Signal für den Instagram-Algorithmus. Wir wissen mittlerweile, die Watch-Time ist nicht mehr das wichtigste Signal, sondern das sind die Shares, also wie häufig dein Content geteilt wird. Aber die Watch-Time spielt immer noch eine wichtige Rolle. Und wenn jetzt andere deinen Content einfach nur liken, das können zum einen diejenigen sein, mit denen du so ein Like-for-Like-Deal hast. Das können aber auch Freunde und Familie sein, die dich einfach supporten möchten. Aber so ein Like ist am Ende nichts wert, wenn diejenigen gar nicht an deinem Content interessiert sind und wenn diejenigen sich deine Reels zum Beispiel gar nicht komplett anschauen. Also das kann dann auch eher dazu führen, dass es dem Algorithmus schwerer fällt, ein neues Publikum für deinen Content zu finden. Deswegen vermeide auf jeden Fall solche Strategien, das kann wirklich deine Reichweite in der App bremsen. Und schreib auch nicht in Kommentaren und Nachrichten andere an, dass sie dir folgen sollen oder dass sie deine Inhalte teilen sollen. Weil wenn sie nicht grundsätzlich ein Interesse für deinen Content haben, dann bringt dir das am Ende gar nichts. Ganz im Gegenteil, das kann deine Performance auch negativ beeinflussen. Und damit kommen wir auch schon zum dritten Tipp. Und das ist ein Fehler in Instagram, den du unbedingt vermeiden solltest. Und dabei geht es um Reels und die Länge von Reels. Ich würde dir empfehlen, deine Reels nicht zu lang zu machen. Denn die Watch-Time ist ein wichtiges Signal für den Algorithmus. Und je länger dein Reel ist, desto größer ist auch die Herausforderung, den Spannungsbogen über die komplette Dauer zu halten. Deswegen empfehle ich dir, gerade wenn du bislang noch nicht so erfolgreich warst mit Instagram Reels, starte erstmal mit kürzeren Videos. So zwischen 6 und 15 Sekunden. Damit ist es viel, viel einfacher, dort den Spannungsbogen zu halten und dein Publikum über die komplette Dauer an dich zu binden, als wenn du jetzt lange Reels postest. Und da gibt es auch immer wieder die Info von Instagram, dass kürzere Reels einfach besser in der App performen. Das hängt einfach auch damit zusammen. Es gibt durchaus auch Accounts, die schaffen, längere Reels zu posten und damit erfolgreich zu sein. Das ist aber die Königsdisziplin und das ist viel, viel schwerer. Insgesamt hat sich gezeigt, dass gerade die kürzeren Reels einfach eine größere Chance auf mehr Sichtbarkeit und mehr Reichweite in der App haben. Und wir machen wieder eine stelle Runde und kommen auch schon zu Fehler Nummer 4. Das sehe ich ganz, ganz häufig, wenn ich in Instagram unterwegs bin. Das sehe ich aber auch ganz, ganz häufig bei meinen Kundenprojekten. Und viele unterschätzen die Wirkung von Werbung. Und da geht es dir wahrscheinlich genauso wie mir, Werbung nervt. Und wenn dein Profil jetzt einfach nur eine Sammlung von Werbung ist, dann wird es damit ganz, ganz schwer, eine Community aufzubauen. Und es wird auch ganz, ganz schwer, neue Followerinnen und Follower für dich zu gewinnen. Und da will ich an der Stelle auch noch ein bisschen konkreter werden. Denn das eine ist die Werbung, die sehr, sehr offensichtlich ist. Das andere sind kleine Elemente, die auch dazu führen können, dass wir Dinge als Werbung wahrnehmen. Denn unser Gehirn kann einfach Bilder viel, viel schneller verarbeiten als zum Beispiel Texte. Und oftmals nehmen wir Dinge einfach auch als Werbung wahr, die vielleicht gar keine Werbung sind. Wenn du jetzt also zum Beispiel dein Logo in dein Reel reinpackst, dann kann das dazu führen, dass das als Werbung wahrgenommen wird, obwohl es vielleicht gar keine Werbung ist. Weil solche Logos einfach in unserer Wahrnehmung sehr, sehr eng auch mit Werbung verbunden sind. Gleiches gilt auch für zu grafische Inhalte. Wenn deine Inhalte sehr, sehr grafisch gestaltet sind, dann kann auch das dazu führen, dass das schneller im Gehirn in der Box Werbung landet und damit auch schlechter in Instagram performt. Also das ist oftmals gar nicht der Instagram-Algorithmus, der da die Bremse ist, sondern das ist die Wahrnehmung von denjenigen, die deinen Content sehen. Also achte darauf, dass du authentische Inhalte machst, die einen Mehrwert liefern und die auch nicht als Werbung wahrgenommen werden. Und da geht es am Ende dann um die gesunde Mischung aus Werbeinhalten und nicht werblichen Inhalten. Denn die nicht werblichen Inhalte sind die Inhalte, die dazu führen, dass deine Community wächst. Und dann kannst du innerhalb deiner Community auch Werbung mit unterbringen. Und im besten Fall gestaltest du deine Werbung auch trotzdem noch so unterhaltsam, dass es auch nicht so sehr als Werbung wahrgenommen wird. Und wir kommen zu Tipp Nummer 5. Wenn du diesen Fehler machst, dann wird es für dich ganz, ganz schwer, eine Community aufzubauen und in der App auch zu wachsen. Und dabei geht es darum, dass du zu viele verschiedene Zielgruppen, Themen und Probleme in einem Profil vereinst. Denn es ist jetzt so, dieser Instagram-Algorithmus, der lernt mit allem, was du in Instagram machst. Das heißt, jedes Reel, jeder Beitrag, jede Story, die du postest, hilft dem Instagram-Algorithmus noch besser zu verstehen, worum es in deinem Content geht und an wen das Ganze dann auch ausgespielt wird. Und wenn du jetzt heute ein Reel teilst mit Tipps zur Ernährung und morgen teilst du ein Reel mit Tipps für Unternehmen und übermorgen teilst du dann ein Reel mit Fitnesstricks, dann wird es ganz, ganz schwer, damit eine Community aufzubauen. Weil diese drei Reels haben dann unterschiedliche Zielgruppen, sprechen also unterschiedliche Personen an. Für den Algorithmus ist es super schwer, diese Personen dann zu finden und das auch zu verstehen. Und gleichzeitig wird die Person, die dein erstes Reel gesehen hat, nicht an deinem zweiten Reel interessiert sein. Das heißt, somit hast du diese Verbindung, die du aufgebaut hast, ganz schnell auch wieder zerstört. Und das kann sowohl mit Blick auf den Instagram-Algorithmus als auch mit Blick auf die Community, also die Menschen, zu denen du eine Bindung aufbauen möchtest, zum riesengroßen Problem werden. Und die meisten Kanäle, die Schwierigkeiten haben, eine Reichweite aufzubauen, machen genau diesen Fehler. Deswegen würde ich dir empfehlen, diesen Fehler zu vermeiden. Ich habe da auch noch ein paar Tipps gegeben in meinem Video, wo ich dir zeige, wie du Chat-GPT für Instagram nutzt. Wenn dich das also interessiert und du willst da noch mehr zu wissen, dann verlinke ich dir das Video oben in der Ecke. Schau da auf jeden Fall auch nochmal rein. Da zeige ich dir einen Chat-GPT-Prompt, mit dem du auch mehr Infos über deine Zielgruppe bekommst. Und wir kommen zu Fehler Nummer 6. Und das ist was, wo auch schon ganz, ganz viele ihre Reichweite in Instagram mit ruiniert haben. Und zwar kennst du das bestimmt. Und du hast dir ganz, ganz viel Mühe gemacht mit einem Beitrag oder einem Reel und der bekommt dann nicht die Aufmerksamkeit, die Sichtbarkeit, die Reichweite am Ende, die du dir dafür gewünscht hast. Und dann ist es sehr, sehr verlockend, in der App zu sagen, Beitrag bewerben. Denn in dem Moment, wo du so einen Beitrag oder ein Reel bewirbst, kommt noch der Werbealgorithmus mit hinzu. Und zum einen ist es jetzt so, wenn du in deinem Content auf Beitrag bewerben klickst, dann sind dort die Möglichkeiten, diese Werbung zu schalten, viel, viel limitierter als zum Beispiel im Werbeanzeigenmanager. Da kannst du viel, viel genauer targetieren und viel, viel besser auch die richtige Zielgruppe finden. Also es kann jetzt sein, dass du den Content über die Werbeanzeige in eine ganz, ganz andere Richtung schickst und damit die organische Reichweite an der Stelle brennst. Deswegen würde ich dir immer empfehlen, wenn du deine Inhalte bewerben möchtest und wenn du deine Reichweite mit Geld quasi vergrößern möchtest, dann mach das immer über den Werbeanzeigenmanager. Dazu musst du deinen Instagram-Account mit Facebook verknüpfen, kannst dort dann diesen Werbeanzeigenmanager nutzen und hast da viel, viel detailliertere Möglichkeiten, um Content auch richtig und zielgerichtet auszuspielen. Und damit haben wir auch schon wieder bergfest. Wenn dir das Video bis dahin schon gefallen hat, freue ich mich wie immer über deinen Support mit einem Daumen hoch. Und wenn du meinen Kanal abonnierst, nicht vergessen, auch die Glocke zu aktivieren, damit du montags kein Video mehr verpasst. Und weiter geht's mit Fehler Nummer 7 und auch das machen ganz, ganz viele, wenn du jetzt einen Instagram-Account hast, mit dem du dir ein Online-Business aufbauen möchtest zu einem ganz konkreten Thema mit einer ganz konkreten Zielgruppe, dann würde ich dir auf jeden Fall davon abraten, über diesen Login auch privat in Instagram zu surfen. Denn der Instagram-Algorithmus wertet wirklich alle Informationen aus, also nicht nur den Content, den du postest, sondern auch deine Aktivitäten in der App. Und wenn dich jetzt privat ganz andere Themen interessieren, dann kann auch das dazu führen, dass der Algorithmus in die falsche Richtung gelenkt wird. Also leg dir für deinen privaten Spaß vielleicht einen eigenen Account an, mit dem du dir deine Inhalte anschaust und nutze wirklich deinen aktiven Account, auf dem du auch postest, dafür, um wirklich nur zu diesem Thema in der App unterwegs zu sein. Das kann dir auch dabei helfen, diesen Algorithmus zu trainieren und diesen Algorithmus in die richtige Richtung zu lenken. Weil gerade am Anfang, wenn du neu startest, hat Instagram noch nicht so viele Informationen über dich. Und die muss der Algorithmus erst sammeln und das passiert oftmals auch, während du einfach in der App unterwegs bist. Und der nächste Fehler ist der falsche Fokus. Viele fokussieren sich komplett auf die falschen Themen, wenn sie ihren Content in Instagram erstellen. Ich bekomme ganz, ganz häufig Fragen wie, wann ist der beste Zeitpunkt zu posten, was sind die besten Hashtags? Und genau das sind Themen, die eigentlich nur einen ganz, ganz kleinen Einfluss haben auf den Erfolg von deinem Content in Instagram. Und viele verlieren sich da drin, irgendwelche Hashtag-Strategien zu befolgen oder Hashtags in der App zu recherchieren und verlieren damit wahnsinnig viel Zeit für den eigentlichen Content. Und ich würde dir empfehlen, lass dich nicht so von so Nebenthemen ablenken. Instagram-Hashtags haben wirklich kaum noch Einfluss auf deine Reichweite. Der Chef von Instagram hat sogar gesagt, sie haben gar keinen Einfluss auf deine Reichweite. Also verschwende damit auf jeden Fall nicht deine Zeit. Sondern konzentrier dich darauf, rauszufinden, welche Probleme deine Zielgruppe haben und dann darauf passgenau Content zu erstellen. Das ist der beste Weg, um schnell in Instagram zu wachsen. Und da knüpft auch schon der nächste Fehler an, den ganz, ganz viele machen, die einfach Probleme damit haben, in Instagram sichtbar zu werden. Und das ist, keine eigene Content-Strategie haben. Ganz, ganz viele sind in Instagram unterwegs und posten immer von einem Posting zum nächsten. Also ich überlege mir heute mal, was ich poste, morgen überlege ich mir wieder was Neues, was ich poste. Und so wird es ganz, ganz schwierig, in der App erfolgreich zu werden. Wenn du Instagram schon ein bisschen bespielst, hast du es wahrscheinlich schon gemerkt. Du brauchst regelmäßig guten Content, um in der App zu wachsen. Und wenn du jetzt keine Content-Strategie hast und von einem Posting zum nächsten Posting denkst, dann ist es zum einen extrem stressig, weil du eigentlich immer hinten dran bist. Und zum anderen wird es auch so sehr, sehr schwierig, deinen Content am Ende auszuwerten und zu schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Deswegen empfehle ich dir, du brauchst unbedingt eine Content-Strategie. Und die meisten, die erfolgreich sind, bei denen besteht diese Strategie aus sogenanntem Hub-Content. Das ist das Fundament von deinem Account. Das sind Inhalte, die du relativ schnell erstellen kannst und die für deine Zielgruppe gut funktionieren. Dann gibt es den sogenannten Hero-Content. Das sind Inhalte, die ein bisschen aufwendiger sind und die du dementsprechend nicht so häufig postest, die aber am Ende mehr Reichweite bringen können. Und dann gibt es noch sogenannten SEO-Content. Das sind Inhalte, die einfach langfristiger in der App funktionieren, weil sie über die Explore-Page auch gut ausgespielt werden. Und das funktioniert, wenn die Inhalte auf Suchanfragen passen. Und genau so muss man vorgehen, wenn man sich so eine Content-Strategie zusammenbaut. Wenn dich das detaillierter interessiert, schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Dann mache ich da vielleicht auch mal ein eigenes Video zu. Ich habe schon mal ein Video gemacht zum Thema Instagram-Strategie. Das verlinke ich dir gerne auch nochmal oben in der Ecke. Da sind die einzelnen Schritte. Schau da auf jeden Fall auch nochmal rein. Und ich kann dir wirklich nur empfehlen, überleg dir eine Strategie, geh strategisch vor, weil nur dann kannst du auch die Ergebnisse richtig auswerten und kannst Tests machen und kannst das, was vielleicht nicht so gut funktioniert, rausschmeißen und von dem, was gut funktioniert, dann einfach mehr machen. Und du merkst, ich habe heute einige Tipps hier für dich zusammengesammelt. Wir kommen schon zum zehnten Fehler und das ist von allem zu viel. Ich sehe das ganz, ganz häufig in meiner täglichen Arbeit mit Kundenprojekten, mit Unternehmen, dass viele genau diesen Fehler machen. Und zwar wollen sie von einzelnen Inhalten zu viel. Und wenn man zu viel in zum Beispiel ein Instagram Reel reinpackt, dann führt das im Ergebnis ganz, ganz häufig dazu, dass diejenigen, die das sehen, überhaupt nicht verstehen, worum es geht und am Ende sich das Ganze nicht anschauen und nicht damit interagieren. Also oftmals ist weniger mehr und reduziere das, was du mitgeben möchtest und reduziere den Inhalt, den Mehrwert auf das Kernproblem, was du mit deinem Content lösen möchtest, weil dann ist es für dein Publikum viel, viel einfacher zu verstehen, worum es geht. Und dazu kann ich dir auch nur empfehlen. Überleg dir pro Inhalt, den du postest, immer genau eine Hook und genau ein Ziel, was du damit erreichen möchtest. Das macht es viel, viel einfacher, Content zu produzieren, der am Ende auch gut funktioniert. Und damit sind wir auch schon bei Tipp Nummer 11 angelangt. Das ist ein Instagram Fehler, den ganz, ganz viele machen und ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob du dich jetzt gleich auch dabei erwischst. Schreib das gerne mal unten in die Kommentare, ob das dir auch ab und zu mal passiert. Denn die meisten, wenn sie gerade was gepostet haben, schauen dann danach alle paar Minuten in die Insights und checken, wie gut der Inhalt performt. Und ganz, ganz ehrlich, das Einzige, was das bringt, ist Frust. Und damit machst du deine Stimmung sehr, sehr abhängig vom Instagram Algorithmus und den Zahlen, die die App dir am Ende liefert. Und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, schau nicht immer direkt, wie dein Content performt, sondern schau lieber einmal die Woche oder einmal im Monat, welche deine Inhalte gut funktioniert haben, welche nicht so gut funktioniert haben. Wenn du direkt alle paar Sekunden checkst, was da gerade passiert, dann ist das auch noch gar kein richtiges Ergebnis, weil manchmal ist es auch so, dass Reels ein bisschen brauchen, bis sie ausgespielt werden. Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, befreie dich so ein bisschen von diesen Zahlen, denn das nimmt dir auch ganz, ganz schnell den Spaß an der App. Und wir kommen zu Fehler Nummer 12 und das ist ganz, ganz einfach. Alle, die kein Durchhaltevermögen haben und nicht regelmäßig, kontinuierlich Content posten, haben keine Chance, in der App sich eine Community aufzubauen und in der App sichtbar zu werden. Und das ist was, was ich ganz, ganz häufig gerade bei denjenigen sehe, die sich über Instagram und den Instagram Algorithmus aufregen, dass sie gar nicht kontinuierlich und regelmäßig posten. Und eine eigene Community baut man sich nicht von heute auf morgen auf. Man wird nicht von heute auf morgen in Instagram reich. Das ist ein Irrglaube, der einfach nicht stimmt. Und deswegen sei dir bewusst, wenn du dir ein Online-Business mit Instagram aufbauen möchtest, dann braucht es einfach Durchhaltevermögen. Und das ist jetzt vielleicht eine unbequeme Wahrheit, aber ohne wird es sehr, sehr schwierig, in Instagram erfolgreich zu werden. Und bevor ich zu den letzten beiden Fehlern komme, wenn dir das Video bis dahin schon gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über deinen Support. Mit einem Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst, nicht vergessen auch die Glocke zu aktivieren, damit du montags kein Video mehr verpasst. Und auch das killt deine Reichweite in Instagram. Und zwar, wenn du das Ruder zu schnell rumreißt. Der Instagram Algorithmus braucht einfach ganz, ganz viele Informationen, um das richtige Publikum zu erreichen. Wenn du jetzt also ein Reel oder einen Beitrag gepostet hast und das hat noch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, dann lehn dich zurück und mach erst mal weiter. Ich sehe das ganz, ganz häufig, dass viele immer wieder schnell ihre Strategie ändern und basierend auf einem Reel, was vielleicht nicht performt hat, alles anders machen. Aber dieser Instagram Algorithmus braucht auch ein bisschen Zeit, um zu verstehen, was du da eigentlich machst. Und deswegen lohnt es sich auch, gerade wenn du jetzt zum Beispiel neue Dinge testest, dem Ganzen ein bisschen Zeit zu geben. Nicht nur ein Reel in dieser Art zu testen, sondern mehrere. Nicht nur einen Beitrag im neuen Format zu machen, sondern mehrere. Und dann erst zu entscheiden, ob das Ganze gut ist oder nicht. Also lass dich nicht von diesen ganzen Informationen, die es da draußen gibt, stressen und immer wieder vom Weg abbringen. Und oftmals ist es auch so, dann sieht man vielleicht ein Reel von einer anderen Expertin oder einem anderen Experten, die sagen einem wieder was anderes. Der Nächste sagt, Hashtags sind wichtig. Jemand anderes sagt, nee, Hashtags sind nicht wichtig. Und so kommt man immer wieder ins Wackeln und verändert immer wieder was. Aber das bringt dir am Ende gar nichts. Also lass dich nicht so verunsichern. Überleg dir deine Strategie und bleib dann auch erst mal auf dem Weg und gib dem Ganzen ein bisschen Zeit, um dann auch auszuwerten, was gut funktioniert und was nicht. Und last but not least, Fehler Nummer 14 ist das falsche Mindset. Und zwar geht es dabei darum, wenn du dich die ganze Zeit über den Instagram-Algorithmus aufregst, darüber, dass du keine Sichtbarkeit und keine Reichweite hast, dann wirst du auch keine Sichtbarkeit und keine Reichweite bekommen. Auch das ist wieder eine unbequeme Wahrheit. Es ist natürlich heute schwerer, in Instagram sichtbar zu werden, als noch vor einem Jahr. Und vor einem Jahr war es auch schon schwerer als vor zwei Jahren. Denn der Wettbewerb in der App wird einfach immer größer. Und am Ende ist es jetzt so, was glaubst du, wer ist erfolgreicher an Instagram? Diejenigen, die sich den ganzen Tag darauf fokussieren, dass der Algorithmus so böse ist, dass Instagram böse ist, dass Instagram keine Foto-App mehr ist und dass Reels eigentlich nerven? Oder diejenigen, die schauen, wie sie ihren Weg in der App finden? Und ich empfehle dir, gehör einfach lieber zur zweiten Gruppe, hab einfach wieder Spaß daran, Content zu erstellen. Und wenn du das Ganze für dein Business machst, dann mach es strategisch. Und wenn du das Ganze privat machst, dann ist es auch ganz egal, wie viel Reichweite du damit bekommst. Und damit freue ich mich, dass das Video wieder bis zum Ende geschaut hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit Instagram. Ich hoffe, es war auch der ein oder andere Tipp für dich dabei. Schreib gerne mal in die Kommentare, was du davon umsetzen konntest. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns nächsten Montag hier wiedersehen. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.